Musik Ja, da muss man viel resoluter dazwischen gehen. Suff, jetzt ist er und ein weiteres Tor. Dieser Junge wird sich wünschen, heute Abend wieder zu Hause zu sein und von der Ehefrau getröstet zu werden. Aber Manni, da müssen wir auch überhaupt nichts beschönigen. Das ist eine erbärmliche Torhüterleistung. Diese Führung kannst du fast schon als hohe Kissen benutzen. Musik 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 Da und da.